Unsere Ratschen-Performance führt auf 8 Kilometern durch das Machland in Oberösterreich und wir laden die Leute ein, selber aktiv zu sein und auf dem Fahrrad uns zu begleiten und einfach die Performance und auch die Landschaft zu genießen. Wir haben unseren Weg natürlich auch gestaltet mit Installationen und anderen Erfahrungen, die wir gerne mit dem Publikum teilen möchten. Es ist sicherlich eine spannende Geschichte, selbst als Zuseher sich mal mit zu bewegen und selbst aktiv zu sein und viele neue Erfahrungen zu machen auf dem Fahrrad oder auf Rädern. Vielen Dank. Vielen Dank.